So, moin Leute, willkommen zu einer neuen Sonnaufganghaften Folge 7 Days to Die mit einem Typen, der immer 7 Days to Die süchtig ist, Tyler. Was? Ja, immer Hallo sagen. Ja, Hallo. Wenn man eine Begrüßung macht auf YouTube, dann musst du auch Hallo sagen als Gast. Wenn du das nicht machst, dann bist du einfach unhöflich. Ach, bist du ja eh schon. Wohl, da muss ich ein bisschen weiter wegziehen, ne? Die Schrotflinte, da ist Pistole. Knöppel. Pistole. Da, ja, die Schrotflinte. Scharfelsgewehr. Und dann noch den Bohr, ne, ich den Bohrer. Ist ein bisschen aufwendig. Und die Zange, oder? Doch, die Bohrer. So. Eine Shotgun ist eh fast weg. Was sagt eine Shotgun? Ach, geht nach. Na gut. Wir sehen uns gleich. Wie ist der Hand? Kommst du mit? Dafür brauchst du nicht mehr Motorrad. Wieso? Na rein für, was ich sage. Hab ich das eigentlich schon markiert? Ja. Wie ich schon gesagt habe. Dafür brauchst du kein Motorrad, komm einfach mit. Wie heißt das hier? Einsel, Adam, Swiver. Wir gehen noch ein paar Schritte. Das wird das Langweil. Kommst du? Komm jetzt. Ist doch auch egal. Und wie wird es wieder rüber? Du warst ja auch schon. Kommst du. Warte. Ist doch auch egal. Während ich jetzt richtige Tomiker von's beiden bin. Komm jetzt. Komm jetzt einfach, ist auch scheißiger. Ich weiß, du weißt auch, was haben. Beeilung, nimm mal deinen Hacken in die Terne. Und warum warst du schon in diesem Gebäude? Wie gesagt, da war ich doch, als Tommy zu mir kam. Wenn du bei deinem Fall ging bist. Schon zu kämpfen, kletterst du hoch. Ich habe ihn umgebracht. Wir müssen ein paar zum Misskillen. Wo jetzt ein bisschen ruhiger ist. Wieso ist es bei dir so geil, war bei Michael? Keine Ahnung. Jetzt hör auf zu schießen, jetzt kümmere dich. Denk dran, wir dürfen keine Waffen mitschieben. Das heißt, du musst Moni und deine Waffe sparen. Den hau jetzt mit in den Knüppel drauf. Da hat er irgendwas Spannendes. Muss auch Zombie-Leichen durchluten, um krasse Sachen zu finden. Wir dürfen, dass ich nichts mehr brauche. Das ist dahinter die Waffe. Dann war es mal leben. Komm, jetzt ist es ähnlich weit. Du such mal hier die ganzen Graben. T-Shirt, Tyler, hier, ein Rock. Die Spinde da unten. Und dann nimm mal deine Achse in die Hand, da verschwendest du auch keine Schusswaffe. Da haben wir wenigstens noch etwas. Nimm einfach eine Achse in die Hand, nimm die Axt, nimm die Axt. Du weißt schon, dass du deine Waffen nicht mehr entschieden darfst. Das heißt, so viel gut gesagt hätte ich jetzt. Welchen? Das war keiner. Den hier unten. Das sind zwei. Oh, ich mach mal drei. Oh, ich hab ihn gefilgt. Luten wir die Zornes endlich mal. Die brauchen wir immer noch Nahrung. Das ist nervig. Tyler, da vorne ist der Händler. Oder ist das der Händler? Ne, eine Fabrik. Den gehen wir da rein. was so eine Schuss war für eine ordentliche wie viele okay wie kommen wir hier rein weiter komm hier ich bin drin was der Eingang gemacht da bist du hier als die Hunde sind aufpassen so scheiße ich sehe gar nix du schluck mal jedes Auto schnell dann einmal jedes Auto durchlucken ich guck mal schnell die Mülltonnen da das schwarze Auto bei mir du darfst nicht mehr cheaten und du leidst es peilen warum komm sie schauen was ist das denn hier oh Mensch oh hier ist eine Schaufel drin weil ich hab eine Schaufel gefunden Ludmar drin ich bin hier mal draußen ja da hinten Kopf ist ein Zombie reinzukriegen dann hat er in der Krankenstraße auch was auf die reinzukarben da hast du da hinten ich bin auch locker das ist ja 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 Ah! Scheiße! Dumme Bitch! Ach du Scheiße, da kommt echt... Oh fuck! Ach du Scheiße, kann rennen? Oh! Schi! Nee, er ist explodiert! Oh, hier geht's runter! Oh, hier geht's runter! Oh, hier geht's ja wirklich runter! Oh, nein! Bunker! Ich hab wieder! Ah, scheißhaft! Es geht wieder rüber! Sicher gar nicht! Wir versuchen immer hier durch! Okay, wir können uns hier durchstecken! Mach auf! Ich leuchte! Muss man doch schnell sind! Guck da drin! Alles nicht! Pass auf, dass ihr ganz haut in uns kommt! Ich muss pießen! Hast du die leicht gelootet? Ah, ich hatte beim Arzt! Ja, da drin ist nix! Das kannst du nicht essen! Das kannst du nur zur Fahne bauen! Ich glaub, wir können hier nicht mehr durch! Wir müssen hier lang! Hier sind Kartons! Schnell einmal jeden Karton! Wenn da Papier drin ist, musst du's mitnehmen! Weil Papier ist wichtig! Da hier ist ein Schmerzwittel! Du sollst auch mal Sachen mitnehmen! Hier war ich schon! Hier ist nix! Ja, du sollst auch... Egal, was da liegt! Wie gesagt, hier bei mir, wo ich drin war, ist nix! Spinde durchsuchen... ...ist sehr wichtig! Hab ich dir grad noch was gesagt? Das sind Dinge, die wir nicht brauchen! Du brauchst Kleidung! Ich sag, kein Herr, immer nix, was hässlich ist! Jeder xpd-Wiebige Survival-Spieler kennt das! Man muss looten und, egal was es ist, mitnimmt! Du kannst ja nicht jedes Mal Nahrung mitnehmen! Das sind schon drin! Okay... So! Heute bin ich schon mal weg! Ich wollte mich wirklich schon legen! Warum jetzt schon? Die Folge ging erst grad neun Minuten! Das ist so enttäuschend! Ein Kontrolle... Du kannst auch nicht mal das Fenster richtig aufhängen! Ach so! Nein, hast du eben nicht! Zumógeln von E 곳... Typisch, typisch... ...und immer wieder typisch! Ch- ... Schön Hier ist ein Mülltonnel. Wenn wir zuhause sind, also jetzt im Hotel sind, machen wir jetzt noch ein paar Sachen gucken. Ein, zwei Anfeindungen und ich werde gehackt. Schöne Scheiße. Das ist das Hotel. Schöne Scheiße. Lähmung mal drei. Ja was? Ist jetzt mal tot? Na gut. Na gut. Na gut. Mal gucken. Mal gucken. Wir haben in dieser kurzen Zeit bin ich siebenmal gestorben. Spielerkills null. Zombiekills 209. Wasser 83%. Nahrung 43. Wohlbefinden 70. Level 27. Also. Level 27. Fast Level 30. Ja gut. Der Spielerkill Marathon. Morgen. Ich meine nächste Woche Samstag. Stream wir dann World of Tanks Leute. Das ist für Playstation. Also Modern Armored. Das ist für Playstation. Es ist sehr schwierig. Ich spreche neuer. 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 Nicht englisch. Wenn. Oh. Oh fuck. Oh fuck. Aber es klingt so als würde es langsam Winter werden. Das heißt. Der nächste Tag 7. Wäre also ein normales Video. Keine. Folge. Guck mal. Er hat nicht mal jede Tür geöffnet. Schauen wir die letzten Videos. Hier gucken. Das nächste. Hier ist ne Sonnenbrille drin. Geil. So. Ich dachte hier. Hier liegt ne Leiche. Stiefel. Warum ist hier eigentlich ein Stuhl? Oder was? Der Medikit Bauplan ist auch sehr wichtig. Fünf Krüter. Es gibt keine Überlebende mehr. Dieser Händler war hier die trotzdem alles, damit der Spieler irgendwie alles kaputt machen muss. damit man es weiß ich hätte das spieler zu schön nicht gerne die sachen es ist 20 uhr und ist sauhell weiteres mit obwohl ich habe ja im moment habe ich echt genug davon noch eine medikate bauplan brauche ich eh nicht mehr davon reicht mir echt eins da ist kaffee drin da ist gar nichts drin kriegt auch wieder kleidung drin hier drin eine blaue shorts bett ohne matratze schmerzmittel liegen ganz schön viele schienen um ehrlich zu sagen in einem hotel liegen ganz schön viel echt mal extrem viel rum und jetzt stehen hier zwei motorräder das wird hey ist wirklich gut aufgebaut die karte ist wirklich richtig fett groß dieses mal und hier meiner schreibt der man notizen wie man hier bemerkt manchmal so ist die schatzkarte mal tagebuch abwurf der luft abwürfen von vier vorigen können zur mittagszeit voll vorkommen vor horche nach den flugzeugen und folge dem orangenfarbenen rauch um die kisten zu finden und die die flugzeuge fallen gelassen haben du kannst vorrat vorrat kisten auch auf deiner karte finden wenn die funktion abwürfe aus der luft markieren aktiviert ist ok vor allem das schreibt er in seiner notiz ernsthaft tu scheiße was ist das denn hier was ist eine online id stimme na karte anzeigen verbündete status verfolgen km h wahrscheinlich ne Kilometer aber später januar 209 zombies gekillt junge das nenn ich mal marathon lauf auch wenn die folge ab 10 minuten schon komplett wieder solo gemacht wird was ichs dennoch irgendwie ich weiß nicht wie genau leute aber mein bruder ist mit dem motorrad hier rüber gerast dann hat man es irgendwie nur noch crashen gehört das heißt diese brücke ist ganz schön alt und ja falls man fragen hat ich hab nächste woche samstag wie ja schon gesagt world of tanks dann über nächste woche samstag 7 days to die sobald wir die 107 days to die folge haben wird part 101 die finale folge von 7 days to die das heißt ihr kriegt 101 7 days to die folgen 101 folge mehr gesagt das passt irgendwie besser weil erstens es soll kein großes let's play werden na gut ist es ein großes let's play eigentlich zurecht gesagt wenn ich 101 letzte folgen mache ab folge 50 werde ich glaube ich die folge ein bisschen höher machen aber nur auf 30 minuten damit ich dennoch immer noch keinen zu großen stress habe die immer so hoch zu pumpen und ja das wollte ich jetzt noch mal kurz gesagt haben für die die 7 days to die gucken und beende jetzt hier mit die folge 7 days to die ich hoffe es hat euch gefallen wenn es so ist sehen wir uns auf jeden fall in der nächsten popelreichen folge 7 days to die wieder bis zum nächsten mal auch im stream bis zum nächsten mal hat mich gefreut ciao